ja meine lieben herzlich willkommen eine ganz kleine ankündigung ihr seht es schon heute abend wird gestreamt bitte nicht verwechseln ich selber kann immer noch nicht stream ich habe halt nur die 6000er leitung aber ich bin eingeladen bei omega 5000 und led survival mit zu machen in der serie die sie haben ein leben ein tod was bedeutet das wenn man stirbt ist man draußen so einfach ist die geschichte man muss also ein bisschen aufpassen ihr seid eingeladen mit dabei zu sein mit zuzuschauen und 21 uhr geht's los und ich habe mir jetzt gedacht ich mache einfach mal auch eine ankündigung damit auch meine zuschauer wissen es gibt noch andere nette let's player da kann man auch mal reinschauen wenn denn der abonacho gerade mal nichts macht immer ganz wichtig ich werde es wahrscheinlich nicht hochladen können das heißt wenn ihr etwas sehen wollt dann bitte zum stream kommen und rein gucken wird auf jeden fall lustig so viel ist schon mal sicher also bis dahin bis heute abend pi mal daumen 21 uhr ich mein sogar dort gewesen ja war schon so 21 uhr kommt einmal darüber die kanäle die twitch kanäle stehen und in der beschreibung und reingucken und spaß haben bis dahin bei bei